Morgen vielleicht noch nicht, da ist ja Sonntag. Im Kampf gegen die Tierseuche TBC spricht sich Landesveterinär Norbert Greber klar gegen ein Fütterungsverbot für Wildtiere aus. Im heutigen Samstag-Interview von Radio Vorarlberg sagte Greber, dass ein solches Verbot mehr schaden als nützen würde. Denn so würde das Wild in die Täler getrieben und die Ansteckungsgefahr für Rinder erhöht.